Roltoni, sein Bruder, ist Roltoni, ihr Vater. Er ist abgeworfen. Benjamin will Roltoni und Roltoni, aber er schafft es nicht, dass Roltoni nicht mehr heulen. Roltoni sieht auswärtschen, denn sie, weil sie hartnötig ist. Sie sagen, sie bringt sich um, wenn wer von Mamas was erzählt. Sie sagen, Klineck, du bist meine Heideschwester, ich fühle dich an. Erzähl aber nichts von meiner Roltoni, Roltoni. Benjamin sagt zu Roltoni, dass sie sich beruhigen soll und schnell hinlegen. Er setzt Brett auf der Fische und reibt dann mit Roltoni ihre Platze auf der Roltoni. Er streicht auf dem fettigen Finger, voll vorsichtig, und sagt, Roltoni, wo sie mit dem Hübelhaut gefilmt hat. Roltoni sagt, sie merkt nichts mehr. Sie merkt nichts mehr. Nein habe ich kann, ich bin hier halb. Ich bin hier. Sie merkt nichts mehr. Ich bin hier. That's why I'm new, with our windows, with the cage, for the light bulbs, for the lock on the toilet door, why they took my shoelaces, my belt. This isn't a state, it's a feeling, I feel all over, in my arms and legs, all over, my head, my throat, in my stomach, it's all over, everywhere. I don't know where I can go, I can get a lot of strength to call anything. It's like horror, this is what they say, more like horror, the most horrible thing you can imagine. No words, you can imagine, the feeling that there's something you have to do. Right away it's stopping, but you don't know what it is you have to do. And then it's happening, the whole horrible time. It's about to happen, and also it's happening, all the same time. Everything gets horrible, everything you see is ugly. Fluid is the word, fluid the right word for it. I feel the feeling more, than I feel anything. More than pain, or more like I'm dying, or anything. You, I feel a bit more like I'm dying. You, I feel a bit more like I'm dying. I feel the feeling more like I'm dying. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Amen. 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 Amen.